Ich sehe jetzt dir, wie läuft's mit dem Studium? Bist du jetzt in diesem Praktikumsseminar, in das du heutzutagest? Noch nicht ganz. Ich... Es ist eine Anlaubnis nötig, dass Vicky mein Betreuer wird. Also muss ich dir erst einen holen. Okay, das klingt auch ganz einfach. Natürlich, ja. Ich bin wirklich stolz auf dich. Du ziehst es dort. Na gut, ab. Ja, ich sollte dann. Bis dann. Bis dann. Geht das nicht etwas schneller? Die Straße ist gesperrt. Die bauen ja anscheinend irgendwas. Heute kein Tanzzeug dabei? Ich mach ne Pause. Im Büro ist grad so viel zu tun, da komm ich einfach nicht dazu. Na gut. Aber mir geht da was durch den Kopf. Ich will nicht nur hier und da Kose geben. Nicht mehr. Ich will eher mal was eigenes aufmachen. Mal eigenes Studium. Ja. Ich kann dich doch schließlich nicht ewig ruckitieren. Natürlich nicht. Nur ich hab mich an deine Gesellschaft gewöhnt. Aber wenn du das wirklich willst, freu ich mich für dich. Aber eine Frage. Das ist Tanzstudio. Willst du das allein durchziehen? Nein. Eigentlich haben Ray und ich das zu zweit ins Auge gefasst. Wir haben was tolles in Lainierpark gefunden. Es hat viel Laufgrundschaft. Es war geräumig. Der Pfeil noch an der Finanzierung. Aber wir schlitten das schon. Letztens hab ich Lorna Bilder gezeigt. Sie findet das super. Tja. Du weißt wie ich darüber denke. Aber letztendlich ist das deine Entscheidung. Ja. Richtig. Zwischen Ray und mir läuft das so gut wie auch nie. Wir haben...